Die Frau sagte gerade nochmal, man wusste ja auch genau Bescheid, Polizei, also wir vier, also Polizeipräsidium, Wiesbaden überall, BKA und so, da hat man uns auch weiter vergiftet und begast und mit Narcotika und so weiter ging es eingesetzt. Und dann wollte man uns immer in Räumen haben, wo wir denn Kreislaufprobleme kriegen und Herzversagen und alles. Und so nötigt man uns jetzt auch, wir kommen voll vergiftet aus der Wohnung oder total fertig abends an und dann greift man uns einfach an, dass wir unsere Herzen überlasten und so, die natürlich vergiftet sind, deshalb haben wir auch die Herzschmerzen und so weiter und so fort. Und dann hat man uns erledigt, dann sind wir tot. Oder wieder nur lebende Mumien, weil dann übernehmen andere das. Das fiel gerade nochmal meiner Frau ein. Gut, wenn man immer eine kluge Frau hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.